hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge portal knights wir befunden uns in jurens ausguck und wir haben eine quest epidemischer ausbruch besiege fünf unbekannte lebensform und das dreimal bevor wir das machen besiegen wir erst mal gefallene krieger hier das gute daran ist das ist glaube ich auch noch eine quest oder war das nicht auch eine quest oder war das nicht auf dieser map ich hoffe doch das wird geil also ich mache zwei quests hier gleichzeitig das war nämlich das noch von dem einen mädel hier gesagt wir sollen hier drei gefallene krieger oder irre ich mich jetzt ach du schade was geht denn hier unten ab ok jetzt weiß ich was das für lebensformen sind ja aber die sehen ja nicht ganz so schwer aus bewegen die sie überhaupt nie aber die kommen gar nicht auf mich zu das ist okay ich bin fast tot das ist nicht cool die roten unbekannten lebensformen waren einfach die roten sind easy wie man ja gar nichts wo die anderen also noch blaue lebensformen komm treff doch mal okay auf jeden fall sieht überall diese lebensform das heißt es sollte kein problem sein genug gegner hier zu finden problem ist wir müssen die halt auch töten okay der ist weg die sind nicht so super schwer leider auch nicht leicht komm die da habe ich jetzt noch für mich noch nicht zu ey der macht so krasse schaden hier was macht der für schaden die grüße sind echt am schlimmsten ist er nicht auszuhalten hier also die roten machen absolut nichts keine ahnung so jetzt springen die dinge auch noch so wie viel haben wir jetzt wir knapp die hälfte geschafft schlimm ist aber wir brauchen noch drei von den grünen glaube ich die grünen sind am assigsten ab geht's hier ha ausgewickelt und runtergefallen nein natürlich kann er nicht werden ich immer mit meiner l3 tasses dieses problem werde ich nie loswerden so wir hüpfen hier hoch wir werden jetzt erstmal den schleichstein ausrüsten denn meine lieben waffen sind schon wieder komplett down so kann ich ja nicht arbeiten hier so dann muss ich mich hier irgendwie hochbrütteln und dann geht's weiter da sind noch zwei rote die vier rote brauche ich ja noch der macht gar nichts also die roten ich weiß nicht die haben keine lust mehr zu greifen wie das aussieht die blau dafür umso mehr vor allem wenn es zwei sind warum greife ich denn auch gleich zwei an aber einer ist weg der andere auch hm die grünen glaube ich sind die einzigen die richtig böse Akku sind der Rest hier ist Pille Palle so eins ist down das heißt noch zwei grüne und einen blauen grün ausültisch wo seid ihr ich will euch töten alle zusammen da seid ihr ihr werdet meine Opfer sein yes die blauen Flücher die eigentlich nieder sind hat er Glück gehabt so letzter schön Trank reinhauen so wie ich gut vorbereitet bin jetzt snacken wir uns den letzten welcher würde sein der da hab ich ihn getroffen ne jetzt hab ich ihn getroffen Mann jetzt sieht das immer zu spät seh ja haha das war's Quest beendet natürlich keine Bonus-Erfahrungspunkte oder so warum denn auch ne brauchen wir ja nicht aber ich glaub tatsächlich hier war das Bild von dem ich die Quest angenommen hab oder war das nicht so ne das war auf der anderen ach verdammt das war hier unten hier war das glaube ich oder ich seh nicht mehr durch ich hab's so lange nicht mehr gespielt muss ich ganz ehrlich sagen ach hier haben wir das ähm Portal gesucht und nicht gefunden bisher stimmt aber dann würde ich sagen wenn wir gleich hier sind lass uns das doch mal suchen begeben wir uns doch einfach mal auf die Suche es ist mitten am Tag da müssen wir lang okay greifen die eigentlich alle wenn ich vorbeirann natürlich sind die Agro die Viecher das war ja klar natürlich jetzt greifen mich auch die roten an oh god scheiße nein haut ab hier ihr blöden Drecksdinger ich hasse euch oh nicht auch noch der Grüne oh mein god haut bitte ab ich muss da unten lang ich weiß nicht wie ich da lang kommen soll so wir sneaken uns hier vorbei okay einer ist Agro ja da muss ich wie lang aber hm ich hab keine Ahnung wo das Ding ist wir haben sich letztes Mal schon so Ewigkeiten gesucht und nichts gefunden wir gehen jetzt hier unten rein da geht's in den Untergrund da waren wir aber auch letztes Mal schon ja hier waren wir schon oh Bombenkucker sind wieder hier super die haben jetzt auch noch gefehlt genau wie gefallene Kriegermüll gefehlt haben hier so zack Bombenkucker gehen sie bitte weg danke sehr hier waren wir das letzte Mal und da irgendwo hab ich mich hier durchgegraben hier glaube ich er zeigt mir an nach da hab ich mich auch hier irgendwo durchgegraben ich weiß es nicht mehr das ist echt zu lange her Petrik weißt du wo wir hin müssen ne ne da lang sag das doch gleich aber hier haben wir doch unseren Superbohrer um die Erde abzubohren den nehm ich malern wir uns einfach mal durch hier und dann gucken wir mal wo wir rauskommen da geht's schon nicht weiter doch natürlich hier geht's immer weiter jetzt müssen wir da lang ok knüppeln wir uns halt hier durch irgendwo ist dieses Ding ich weiß es Leute die steht mir gerade ein bisschen im Weg hier wenn ich hier alles ausbuddeln muss dann mach ich das jetzt muss ich da das ist jetzt schon verrückt ich glaube ich muss nach unten ich habe so das Gefühl ich muss unten raus und dass ich auch gleich sterben werde jetzt habe ich auch ein Gefühl aber ich lasse mich gerne eines besseren belehrt ich habe so das Gefühl wir sind wirklich in der Nähe hier ist Stein ne das sind Diamanten aber wenn die Diamanten sind das ist so ein gutes Zeichen hier ist Schnee irgendwas ist hier irgendwas ist hier doch wir sind sehr wahrscheinlich gleich tot weil wir einfach nur unten rausfallen aber vielleicht sind wir auch am gleich am Ziel oder einfach mal nicht das wird wieder eine ganz umsonst Geraberei hier ne ok wir haben immerhin überlebt aber hier ist ja schon wieder nichts geht es aber weiter weiter da lang kann ich doch jetzt nicht äh schlecht noch weiter runter oder naja es geht noch weiter runter also möglich ist es schon aber wollen wir das ja wir wollen das yes oh hier ist Bob wir haben es gefunden Leute warum nicht wie wäre ich denn hier durchgekommen wo geht das denn hier lang nie im Leben hätte ich das gefunden egal Leute wir haben das Portal gefunden krasse Sache und wisst ihr was wir jetzt machen wir machen uns hier das Ding fertig das heißt in der nächsten Folge ist Bossfighter angesagt uh das ist falsch ach ne wir müssen uns jetzt welche knüppeln ne das bedeutet aber auch wir müssen was in den Müll schmeißen ganz viel Dreck ab in den Müll hier alles damit ich genug Platz im Invertar um mir jetzt geile grüne Portalstände zu bauen herstellen bitte so viele wie es geht 15 Stück das ist in Ordnung warum leuchtet der so lila hat das ne Bedeutung so zack Leute ihr wisst was es heißt nächste Folge Bossfighter wer die dabei sein wollt schaltet wieder ein wenn es heißt eine neue Folge Portal Knights